Während die Geräusche des Feierabendverkehrs leise hereindrangen, starte ich aus dem verstaubten Fenster der Notaufnahme. Draußen türmten sich dunkelgraue Wolken bis hinter den Wasserturm in Richtung Spandau. Ich nahm das Buch, das ich unter Saras Sachen gefunden hatte, und schlug es auf. Keine Ahnung, warum ich das tat. Vielleicht lag es an der quälenden Ungewissheit nach drei Stunden Warterei. Auf der ersten Seite stand, »Lieber Daniel, ich bin nicht besonders gut in Erklärungen, aber wenn du das Buch gelesen hast, wirst du vielleicht verstehen.« Ungläubig starrte ich auf die Widmung und blätterte eine Seite weiter, ob noch etwas kam. Irgendein Hinweis, ein Wink. Irgendetwas, das mir half, zu verstehen, was sie meinte. Doch da war nichts. Nur dieser rätselhafte Satz, den ich immer wieder las, ohne dass er sein Geheimnis preisgegeben hätte. Wie sollte mir ein fünfzig Jahre altes Buch dabei helfen zu begreifen, warum am Ende alles schiefgelaufen war? Die Tür ging auf, und eine kleine, hakennasige Krankenschwester betrat das Zimmer. Ich sah hoch, aber ihre müden Augen suchten die untersetzte Frau neben mir, die ihren Sohn dabei beobachtete, wie er mit der Kordel seines Anoraks spielte. »Frau Reuter, Sie können jetzt zu Ihrem Mann«, sagte die Schwester mit gedämpfter Stimme. Die Frau hiefte sich schwerfällig hoch, machte einen Schritt und blieb dann unentschlossen stehen. Als hatte sie Angst vor dem, was hinter der Tür auf sie wartete. Als wüßte sie genau, dass es Antworten gab, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Ich sank tief in meinen Platz zurück, betrachtete die Regentropfen auf der Fensterscheibe und erinnerte mich an den ersten Nachmittag auf dem Soldatenfriedhof. Klitschnass und leichtfüßig flog Sarah vor meinen Augen über die Grabsteine, während der Himmel seine Schleusen öffnete. Ihr aufgeregtes Lachen übertönte das Donnern, und obwohl ein scharfer Wind über den Friedhof fegte, klebten ihre langen, blonden Haare wie Tanggewirr an ihren Wangen. Von meinem ersten Joint angefeuert sprang ich die Treppen der Kapelle runter, folgte ihr und rannte auf etwas zu, von dem ich sicher war, dass es direkt vor meiner Nase lag. Die Zukunft. Herr Navrat. Ein dunkelhaariger Arzt mit gebückter Haltung und vor der Brust verschränkten Armen stand vor mir. »Sind Sie der Freund von Frau Engel?« fragte er so leise, dass ich ihn kaum verstand. »Ich überlegte.« »Ja.« »Ängstlich hakte ich nach.« »Wie geht es ihr?« »Ist alles in Ordnung?« »Sie liegt auf der Intensivstation.« »Ihr Zustand ist ernst, aber im Moment ist sie stabil.« »Meine Beine sackten kurz weg.« »Intensivstation?« Er holte tief Luft und sah über meinen Kopf hinweg auf einen unsichtbaren Punkt an der Wand. Dann wanderte sein Blick wieder runter. »Sie hat eine Schädelfraktur, diverse Knochenbrüche und innere Verletzungen.« »Aber Sie wird es doch schaffen, oder?« »Das wissen wir nicht.« Ich schluckte. »Kann ich Sie sehen?« Er schüttelte langsam den Kopf. »Ich denke, es ist besser, wenn Sie nach Hause fahren. Kommen Sie morgen wieder. Wir benachrichtigen Sie, wenn sich etwas ändert.« »Kann ich nicht wenigstens für einen Moment zu ihr?« Ich senkte meinen Blick. »Ich muss ihr sagen, dass es mir leidtut.« »Erstes Kapitel« An dem Morgen war der Himmel stahlblau. Die Sonne kroch langsam über die Baumwipfel und es war ungewöhnlich mild für einen Märztag. Der Winter lag in seinen letzten Zügen und die Wege waren flankiert von kleinen Miniaturbergen aus geschmolzenem Schnee, die mit einer Glasur aus Dreck überzogen waren. »Morgen, Elvis, na, alles im grünen Bereich?« Begrüßte mich Johnny grinsend vor dem Schuleingang. Mit dem geübten Blick des Außenseiters hat er zu Beginn des Jahres zielsicher den Platz neben mir in der letzten Reihe gewählt. Seitdem waren wir unzertrennlich. Was niemanden verwunderte. Wir hatten beide keine anderen Freunde. Außerdem schweißte uns die Tatsache zusammen, dass wir Männer verehrten, die an Drogen gestorben waren. »Hast du deinen Aufsatz?«, fragte er. »Nein«, gab ich mürrisch zurück. Ich hatte keine Ahnung wieso, aber das Mürrische war irgendwann, ohne dass ich es bemerkt hatte, zu meiner zweiten Natur geworden. Ich wachte morgens mürrisch auf, ging mürrisch in die Schule, kam mürrisch wieder heraus und legte mich abends mürrisch ins Bett. Im Gegensatz zu mir hielt meine Mutter die Schulzeit für so etwas wie den heiligen Gral. Aber wenn man mit siebzehn schwanger wird, ist es vermutlich normal, dass man dieser Zeit hinterher trauert, oder? »Naja, was soll's, dann müssen wir wohl auf unser Glück setzen«, sagte Johnny. Er stank nach Brü und trug sein Lieblingsshirt mit dem »God save the Queen«-Aufdruck. Ich konnte die Gänsehaut auf seinen Armen sehen. »Schätze schon«, erwiderte ich, ohne anzuhalten. Er kam hinter mir hergerannt. Seine Knobelbecher donnerten bei jedem Schritt. »Also ich kann dir sagen, du hast echt was verpasst.« Wir gingen am frisch eingeweihten Physiklabor vorbei, einem fantasielosen, zweistöckigen Neubau. Inmitten all der verträumten Backsteinhäuser mit ihren Teerdächern wirkte es wie ein notgelandetes UFO. Johnny hielt an. »Warte mal kurz.« Ich ging ein paar Meter weiter, ehe ich mich umdrehte und sah, wie er etwas aus seiner Plastiktüte rauskramte. Im nächsten Moment schwang er einen schwarzen Slip wie ein Lasso durch die Luft. »Und?« fragte ich ungeduldig. Wir waren spät dran. »Ein kleines Souvenir«, erwiderte er grinsend, »war gestern im Mendelssohn. Dabei wollte ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen, aber Sid meint, es wird sich lohnen, nochmal loszuziehen.« Ich verdrehte die Augen. Johnnys Mutter war eine weltfremde Esoterik-Gläubige, die zu viel Zeit hatte und sich unentwegt um ihr Karma sorgte. Weil sie sicher gehen wollte, dass eine großartige Zukunft vor ihm lag, hatte sie ihren Sohn einmal zu einer Wahrsagerin mitgenommen. Johnny war anfangs total genervt von der ganzen Aktion und ich glaube, er ging nur mit, weil seine Mutter ihm den Schlüssel für ihren Porsche dafür versprach. Doch statt ihm eine großartige Zukunft vorauszusagen, erklärte ihm die Wahrsagerin, dass ein gewisser Sid Vicious aus dem Jenseits versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Niemand, der bei klarem Verstand ist, glaubt an solche Geschichten. Aber es war trotzdem unheimlich. Denn woher sollte eine rundliche 60-jährige Frau in einem ausgewaschenen Batikleid wissen, dass mein Freund jedes verdammte Mitglied der Sexpistols für einen Gott hielt? Jedenfalls fing Johnny von diesem Tag an, Gespräche mit Sid Vicious zu führen. »Ich sag dir, reife Frauen sind einfach geil«, tönte er, als wir die Stufen zum Pavillon hochgingen. »Ja, sicher«, erwiderte ich genervt. »Johnnys Frauengeschichten, die er ausstellte wie Siegerpokale, fing langsam an, mir auf die Nerven zu gehen. Was vermutlich darin lag, dass ich selbst keine hatte. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, bevor Henreit, unser Deutschlehrer, die Tür abschloss, um Nachzüglern eine Lektion zu erteilen. Henreit war Anfang 50 ein Koloss von einem Mann, der selbst im Winter offene Sandalen und Leinenanzüge trug. Eigentlich war er Schriftsteller oder zumindest hielt er sich dafür. Da seine Schreiberei offenbar nichts abwarf, musste er sich in die Niederung des Schulalltags begeben. Ein Ort, für den er nicht gemacht war. Oft lief er schon morgens mit einer Fahne herum und machte aus seiner traurigen Verfassung auch kein Hehl. Die meisten fragten sich, warum er nicht längst gefeuert worden war. Doch man erklärte sich dieses Rätsel mit der kumpelhaften Beziehung, die er zu unserem Rektor pflegte. Alle hatten ihre Aufsätze rausgeholt und vor sich auf den Tisch gelegt. Es war totenstill in der Klasse. Es war immer totenstill, wenn Henreit auf den Plan trat. Der Mann war eine tickende Zeitbombe und niemand wollte in der Nähe sein, wenn sie hochging. Während ich angespannt darauf wartete, dass er von seinem morgendlichen Dämmermodus, bei dem man nie wusste, wie lange er mit geschlossenen Augen vor sich hin brütete, in den Kampfbetrieb umschaltete, schüttelte Johnny neben mir verächtlich den Kopf und deutete auf Hildegard Plan, eine untersetzte puritanische Streberin in einem karierten Baumwollrock aus dem Mittelalter, die sich, offenbar vehement dagegen wehrte, dass Carsten Spange auf ihren Aufsatz schielte. Johnny beugte sich zu mir rüber. Er roch, als hätte er eine Woche lang in seinen Klamotten geschlafen. »Sieh dir diese blöde Fotze an«, zischte er. »Was hast du erwartet von Milchtütenplan?«, flüsterte ich achselzuckend. Er starrte mich unglaublich an. »Milchtütenplan?« »Na, guck dir doch mal ihre Brüste an.« Er warf einen konzentrierten Blick auf den kleinen, trichterförmigen Busen, der sich deutlich unter der weißen Rüschenbluse unserer Kursbesten abzeichnete. Eine Sekunde später prustete er los. »Milchtütenplan, scheiße, das ist gut«, halte es durch das Klassenzimmer. Johnny stieß sich vom Tisch ab und kippelte mit seinem Stuhl hin und her. »Hey, Milchtütenplan, scheiß dich nicht so ein«, rief er rüber und amüsierte sich dann lauthals. Henreits Kinn schoss plötzlich von seiner Brust hoch und seine Augen blitzten auf, als hätte eine Geisterhand den Einschaltknopf betätigt. »Was ist denn da hinten los?«, rief er mit heiserer Stimme. »Nichts, alles bestens, Shakespeare«, zischte Johnny. Henreits stand auf. Er zeigte mit dem Finger auf mich. »Navrat, du kommst nach vorne und setzt dich neben Sarah, Bettina, du setzt dich nach hinten.« Bettina König riss die Augen auf und schüttelte vehement den Kopf. Ihre riesigen goldenen Ohrringe schaukelten unkontrolliert hin und her und klangen wie ein verstimmtes Glockenspiel. »Auf gar keinen Fall setze ich mich neben diesen«, prustete sie. »Ich diskutiere nicht. Nach hinten. Abmarsch.« Mit hochrotem Kopf stand Bettina König auf, nahm ihre Sachen und ging nach hinten. Als wir uns in der Mitte trafen, warf sie mir einen vernichtenden Blick zu. Mit einem entschuldigenden Achselzucken nahm ich neben Sarah Platz. Sie schaute kurz unbeteiligt zur Seite und wandte sich wieder Henreit zu. Wie üblich war sie ungeschminkt. Kein Lidschatten, Lippenstift oder Wimperntusche. Nichts. Nur ihr schmales Gesicht mit der Porzellanhaut und diesen stechend blauen Augen, die von ausgeblichenen blonden Haaren eingerahmt wurden. Sie trug zerfetzte Jeans, verschlissene Leinenschuhe und ein altes Holzfällerhemd. Johnny fand, dass sie aussah wie eine Vogelscheuche. Trotzdem waren alle Jungen hinter ihr her. Aber keiner traute sich an sie heran. Sie hatte so etwas an sich, das einen auf Abstand hielt. Einen finsteren Blick, der einem sagte, dass man sich besser nicht mit ihr anlegte. Ich lehnte mich zurück und betrachtete so unauffällig wie möglich ihr Profil. »Navrat, was gedenkst du in den Haaren deiner Nachbarin zu finden?« rissen mich Henreits Worte aus meinem Traum. Ein Tuscheln ging durch den Raum. Sarah sah mich missgelaunt an, während mein Blick blitzschnell auf das halbleere Papier vor mir schoß. »Ruhe!« bellte Henreit. Schwerfällig und mit geneigtem Haupt wuchtete er sich von seinem Platz hoch. Dann ging er kopfschüttelnd durch die Reihen und funkelte angriffslustig über unsere Köpfe. Als er von hinten seine riesige Pranke auf meine Schulter legte, zuckte ich kurz zusammen und erstarrte. Bis zu jenem Morgen hatte ich nur leichte Blessuren aus dem Deutschunterricht davongetragen. Eine abfällige Bemerkung hier, ein angewieterter Blick da. Aber wie gesagt, Henreit war unberechenbar. »Na, Daniel, willst du mir mal deinen Aufsatz zeigen?« sagte er genüsslich. Ich reichte ihm meinen Zettel. »Dann wollen wir das Werk doch mal begutachten.« Milde lächelnd nahm er das Blatt in die Hand. »Schau mal einer an, eine halbe Seite. Also, das ist ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob wir das in einer Stunde schaffen. Nun, ich schätze mal, du wolltest Ausschweifungen unter allen Umständen vermeiden,« sagte er. Ein gedämpftes Kichern setzte ein. »Ich wachte wie jeden Morgen mit diesem bestimmten Gefühl auf,« begann er. Er sah auf, ließ seinen Blick durch die Runde schweifen. »Was für ein Gefühl kann das wohl sein?« fragte er mit unüberhörbarem Unterton. »Sollen wir die Mädchen lieber rausschicken, bevor ich weiterlese?« Der Lärmpegel in der Klasse stieg, und ich versank tief in meinem Stuhl. Henreit schlenderte zufrieden zu seinem Tisch. Er setzte sich auf die Kante und fuhr fort. Doch ich hörte nicht mehr zu. Stattdessen fixierte ich meine Schuhe und überlegte, ob ihre Farbe mehr ins Schwarz oder mehr ins Braune tendierte. Als er fertig war, sah ich wieder auf. »Nun, was können wir aus diesem Lehrstück mitnehmen?« warf er in die Runde. Niemand reagierte. »Ich kann Ihre Sprachlosigkeit verstehen. Trotzdem sollten wir unsere Fassung wiedergewinnen und uns fragen, was der Auto im Sinn hatte, als er uns dieses Meisterwerk schenkte.« Er stand auf, stolzierte wie ein französischer Aristokrat aus dem 18. Jahrhundert durch die Reihen und wedelte mit meinem Aufsatz. »Also ganz sicher nicht das vorgegebene Thema, da sind wir uns doch hoffentlich einig.« Aber etwas hat ihn offenbar angetrieben. »Ich würde gerne sagen, es war seine blühende Fantasie.« »Auch dann frage ich mich, was hat sie nach zehn Zeilen ein so jähes Ende finden lassen?« Ich sah ihn hilflos an. »War es die Angst vor dem Versagen?« fuhr Henry Ford. »Oder gar die Ehrfurcht vor der deutschen Sprache?« »Ich werde sie jetzt in den Genuss der Grammatik dieses Aufsatzes kommen lassen. Vielleicht verstehen Sie dann, was ich meine. Ich denke, es macht das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar.« Ich hielt die Luft an und erwartete eine letzte riesige Welle Häme, die mich unter sich begraben würde. Plötzlich stand Sarah auf und ging mit einem zerknüllten Zettel in der Hand nach vorne zum Papierkorb. Als sie an Henreits Schreibtisch vorbeikam, stieß sie scheinbar aus Versehen dessen offene Ledertasche vom Tisch. Dabei fiel nicht nur sein Schreibkram, sondern auch ein Flachmann raus. Sie hob ihn auf und betrachtete ihn wie ein Forschungsobjekt. »Ja, Sarah, was ist?« fragte er. Sie schwenkte die halbvolle Flasche in die Höhe. »Entschuldigung, die ist aus Ihrer Tasche gefallene Henreit. Soll ich sie zurücklegen? Oder...« Sie hielt die Flasche in seine Richtung und fixierte ihn herausfordernd. Henreits Kopf lief rot an und sein Blick flackerte unruhig durch die Reihen. Als er an mir hängen blieb, gefror mein Grinsen. Er holte sein kleines, braunes Notizbuch aus der Gesäßtasche und schrieb eifrig. »Prost«, hörte ich eine Stimme von hinten sagen. Es war Johnny. Henreit schaute auf und in seinem Blick lag die Verzweiflung eines verwundeten Soldaten, der hinter die feindlichen Linien geraten war. Im nächsten Moment ging er auf Sarah zu, riss ihr den Flachmann aus der Hand und stürmte mit seiner Tasche unter dem Arm aus dem Zimmer. Für ein paar Sekunden war es totenstill. Dann entlud sich das Schweigen. Überschäumendes Gejohle und vereinzelter Applaus brachen los. Während ich überlegte, warum sie sich mit Henreit angelegt hatte, packte Sarah ungerührt ihre Sachen zusammen. Im nächsten Moment war sie auch schon aus der Tür. Als ich mit Johnny aus dem Pavillon kam, suchte ich unauffällig das Gelände ab. Auf der angrenzenden Wiese vor dem Wald, der sich nahtlos an die Schule anschloss, war niemand zu sehen. Es hatte sich zugezogen und die nackten Bäume bogen sich im aufkommenden Wind. Ich drehte mich Richtung Parkplatz, wo die ersten Schüler zu ihren Fahrrädern und Mofas trotteten. Nichts. »Wen suchst du, Romeo?« »Niemanden«, erwiderte ich unschuldig. Johnny blieb stehen und kratzte sich am Kopf. »Erzähl mir nicht die Hippie-Schlampe. Weißt du, was Sid sagt?« »Nein, und ich will es auch. Dass ihr Zimmer ein verfluchter Schrein ist. Kate Bush, Räucherstäbchen, Jasmin-Tee, das volle Programm, mein Freund.« »Ich hab doch gesagt, ich suche niemanden«, erwiderte ich gereizt.